ja hallo leute hier wieder euer druso und diesmal habt ihr gesagt ihr wollt mich unbedingt sterben sehen drum spielen wir da jetzt noch ein paar videos weiter space marine und ja ihr seht ich hab da den speicher dann total übersehen und die jungs sind meine die flüchten die jungs oh weh weh ah ja ihr seht die haben mich schon ziemlich gemäuchelt da wenn ihr meinen lebensbalken anschaut stalker boulder freigeschaltet diese modifizierte dieser modifizierte boulder ist mit zielgerät und extrem genauen geschossen ausgestattet und kann feinde aus großer großen entfernungen fällen der stalker boulder funktioniert vergleichsweise gut als präzisionskampfgewehr oder als scharfschützenwaffe okay leute dann gehen wir weiter zum nächsten speicherpunkt und ja also leute ich werde das öfter entstehen das habe ich schon gesehen da sind die orks in die batterie eingebrochen wir haben es nicht hinein geschafft wir sind einfach nicht genug hey das ist die batterie wir haben so lange alleine überlebt leutnant das haben sie gut gemacht sie sind nicht mehr allein wir holen das geschütz zurück sie bekommen ihre verstärkung ja wir sind titus wir machen das ich verlass mich auf sie captain ha 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 braves mädchen nun gut weiter geht es zur slasher rei und jawohl wir gehen zurück zum kommandopost captain zu ihr glück also wir haben granaten wir haben volle mund was haben wir da wir haben unsere normale pistole das ding und das ziel ah das scharfschützengewehr das kommt ja gut und ist da was ne ist nix aber ich denke wir werden gleich auf widerstand stoßen die jungs die schießen mit mich des öfteren nämlich in die mao ja was ist mit dir kommen das ist wieder so ein offener freier platz leute und wir werden da von allen seiten in den lagen oh ja 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 noch einer ah den hatten wir schon wo bist denn du ja komm nur ha ha seht ihr wie der hüpft ha 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 scheiße ha 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 komm her kleiner oh fuck wo ist denn die arbeit auf den oberen ebnen ha 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 ja komm nur ha 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 und noch einmal oh ha 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 das ist der hüpfer ja ja das gibt's doch nicht und jetzt das war ein headshot leute da hat sich noch einer versteckt ja cool die bumme ist echt cool aber uns geht da gleich einmal die mun aus gell egal wir werden da umschalten auf nahe kampf das sehe ich schon wo sind denn die jetzt das ist mir ja viel zurück wieder da können wir ja nirgends hin wir können nämlich mit unserem titus nicht springen das das ist irgendwie echt blöd aber egal wir stürmen drauf los haben wir das gebäude gesäubert das gibt's doch nicht komm junge irgendwo müssen wir so totenköpfe auch finden können also so audio logs und so oh wir haben da oh oh ich wollte eigentlich nur nachladen leute sorry haha das wird jetzt des öfteren passieren und mit den kombos die es da gibt habe ich ja auch so meine liebe node glaube ich da ist was seht ihr genau das habe ich gesucht audio log oh man muss das etwas länger halten dann können wir das nämlich gleich hören auch beim nächsten mal ok oh wir werden die mun nicht verschwenden das werden wir glaube ich noch brauchen die machen wir aus der ferne platt die machen wir aus der ferne platt oh komm her die jungs sind ja arm so offener platz und tiefer gelegen das kann nichts gutes bedeuten und da vorne sind schon explosions körper seht ihr die werden wir gleich brauchen nämlich an und so ein haufen ja wenn du das unbedingt willst dann schieße ich ja noch einmal auf dich keine sorge ich glaube wir werden uns da zurückziehen müssen oh es beginnt ja es beginnt ja was ich habe das so ein schlechtes gefühl ich habe das so ein schlechtes gefühl seht ihr ja jawohl ja die kommen alle von da oben Hahahaha Hahahaha Fuck, wo sind denn die hingelaufen? Orksturm Ja, haha, wo? Komm Da hinten leuchtet's, da gehen wir mal hin Oh, schau, was ist mit dem? Oh, wir sind schon bald einmal da Da hinten ist was für uns Mehr als 5 Granaten kriegen wir doch gar nicht, kann das sein? Da ist auch noch was Irgendwie hab ich da ein echt schlechtes Gefühl Ah, das ist ne Ladevorgang Was ist denn das da vorn? Uh Ein Orklager Und keiner ist da Oh, die Jungs, come on Oh 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 Wo ist denn jetzt? Bleib liegen, komm Oh 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 Und? Ich glaub ihr seht schon wie nervös ich da bin, hä? Oh 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 da ist er Komm her, Junge Komm her, Junge Komm her, Junge Den Wildheitsfaktor haben wir auch noch. Okay. Seht euch das, hm? Kommt der Schalter gut? Gut. Ich glaube, das dürfte ein Speicherpunkt sein. Aha. Okay. Okay, da ist es echt ruhig. Echt ruhig, Harry. Und ich denke, wir machen hier einen Schnitt. Ja. Ja, und wir sprengen das Ding jetzt gleich mal in die Luft. Aber das machen wir beim nächsten Video, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so viel wie ich. Es war, glaube ich, nicht sehr aufregend jetzt mal. Aber, ja, es wird schon werden. Macht höllisch Spaß, Orks zu vermöbeln. Okidoki. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Toso Titus. Hahaha.